Am Dienstag habe ich euch gezeigt, wie wir die Kartoffeln für die Saison 2018 vorbereiten. Ende Februar, Anfang März, pflanzen wir die ersten Kartoffeln hier in die Erde. Um sie vor Frost zu schützen, decken wir sie mit Fließ ab. Die optimalen klimatischen Bedingungen in der Vorderpfalz ermöglichen es uns, im Juni die ersten Frühkartoffeln zu ernten, was ich euch jetzt zeigen werde. Ab Juni ernten mein Team und ich jeden Tag Kartoffeln mit diesem Kartoffelvollernter. In jeder Kartoffel steckt sehr viel Arbeit, aber auch Liebe. Ich wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit und vielleicht denkt ihr ja bei Würstchen und Kartoffelsalat an uns und meine Kollegen. BASF – We Create Chemistry